Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Genshin Impact Video. Heute zeige ich euch, wie so oft, eine weitere versteckte Errungenschaft unter Wunder der Welt. Auch diese Errungenschaft wurde in Version 1.0 released. Sie heißt Die Fantastischen Vier. Bestehe eine Sphäre mit vier Figuren desselben Elementartyps. Und es klingt genauso einfach, wie es ist. Eine x-beliebige Sphäre auf einem x-beliebigen Schwierigkeitsgrad. Das bedeutet, ich habe jetzt hier den Cecilia-Garten ausgewählt, gehe in Sphäre der Kriegskunst, Truppenstufe Level 15 wird empfohlen, gehe hier mit vier Geofiguren rein. Also ganz wichtig, alle vier Figuren müssen vom selben Elementartyp sein. Und es müssen noch vier sein, es dürfen nicht zwei sein, es dürfen nicht drei sein, es müssen vier sein. Vier Figuren vom gleichen Elementartyp. In der Sphäre sollten in der Regel nur Gegner vom Attribut Hydro anzutreffen sein. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist in der leichtesten Schwierigkeit es sogar so, dass nicht mal die großen Hydro-Schleime hier auftauchen. Und ja, das ist ziemlich, ja, simpel, ziemlich unfair fast schon. Aber doch, die großen Pyro-Schleime sind trotzdem da. Also ihr seht schon, die Gegner zerplatzen einfach, wenn man sie nur anhustet. Und das war's auch schon. Und ihr müsst auch nichts einsammeln, ihr müsst hier nicht euer hart verdientes Harz verschwenden, also auf keinen Fall einsammeln, wenn ihr extra eine Low-Level-Sphäre macht, sondern einfach dann rausgehen. Ihr bekommt die Errungenschaft automatisch, sobald da steht, Herausforderung bestanden. Dann habt ihr die Errungenschaft bekommen und dann einfach rausgehen, nichts verschwenden, kein Harz verschwenden, gar nichts. Einfach rausgehen und euch die Errungenschaft abholen. Die fantastischen vier. Ja, ist eine ziemlich simple Errungenschaft, haben bestimmt die meisten von euch einfach mal zufällig aus Versehen, also was heißt aus Versehen, aber zufällig erledigt, weil sie irgendeine Sphäre hatten, wo sie es angeboten hat, mal viermal das gleiche zu benutzen oder weil man einfach Lust hatte, mal viermal das gleiche zu benutzen. Aber vielleicht hat es der eine oder andere noch nie gemacht und dafür bekommt man tatsächlich eine Errungenschaft. Wer hätte es gedacht? Für weitere Errungenschaften schaut auf jeden Fall in die Playlist in der Videobeschreibung, tonnenweise weitere Errungenschaften verlinkt. Und ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.